ja hallo ich bin gerade aufgelevelt auf 111 ich war beim schiff befüllen und ich konnte es nicht so schnell aufnehmen aber ich konnte noch ein screenshot machen den ihr gerade gesehen habt ja beim derby habe ich eine ganz nervige aufgabe und zwar ziegenmilch 49 stück und man hat ja nur zwölf ziegen deswegen dauert sie entsprechend lange ziegenmilch dauert acht stunden und hier ist es in zwei stunden und zwölf minuten wieder so weit und die letzte nummer 49 ja dann ist man so genervt dass man sie dann eigentlich mit diamanten verschnellert naja aber heute ist ja erst donnerstag ist ja noch alles locker zu schaffen ja meine maschinen sind hier auch nicht alle befüllt ich hatte auch schon wieder platzprobleme so eigentlich produziere ich ja schon so dass ich hier von jedem acht habe ich habe aber auch gerade noch tom laufen deswegen habe ich von manchen sachen auch schon wieder mehr bei den kerzen mache ich eigentlich auf zehn und schmuck eigentlich so auch auf acht bis zehn so da machen wir dann erstmal auf acht ja ich habe im moment keine ärzte weil ich weil ich keine minen aufgabe habe so da noch mal zwei hemden da habe ich noch hosen auch ach so und baumwolle das wollte gerade das letzte schiff haben ja habe ich wieder angestellt okay wieso hüpfte ein frosch weiß ich nicht ja ich dann zeige ich euch gleich noch zwei farmen die heutigen die heute dran sind zum zeigen und dann bin ich auch erst bin ich schon ziemlich weit dann habe ich glaube ich schon sechs farmen gezeigt ja ich gefunden war ja eine wartung ich hatte ja gehofft dass osterdeko frühlingsdeko kommt aber leider ja nicht und ja silo voll dann mal gucken naja ich habe ja meine osterdeko hier schon stehen auch wäre toll wenn es dieses jahr was neues gibt ich kann ja nochmal bei gregg gucken ob es hier noch irgendwas anderes gibt nein also das hat er jetzt ja schon ein paar tage oh ich war gar nicht bei ihm einkaufen das vergesse ich jetzt ziemlich oft den weizen kann auch behalten ja nach der unheimlich viel von diesem tollen weg ja aber sonst ja wasserweg ja aber er hatte auch den tannenbaum schon echt ein bisschen lange stehen so dann gucken wir noch mal in die stadt hier hole ich bestimmt keine ab hier sehe ich auch nichts neues nach der schicke lilane baum den gab es ja nur mal mit dem diamantenpaket zu kaufen sondern pinken auch so und was ist hier los ach hier habe ich vorhin auch schon wieder nicht weiter gemacht glaube ich ups ja 111 hier und beim nächsten mal gibt es dann zwölf diamanten kein feld aber 111 nicht hört sich doch mal so richtig gut an ach so ich mache doch keine die in drei sachen wollen ups so weg also es gibt welche also die noch besser sind im stadtlevel und höhere level die schicken alle weg die mit zukommen und nehmen nur welche die die sie von den besuchern abholen sowas gibt es auch so sind hier acht wunderbar ja das konnte ich leider immer noch nicht erweitern aber dafür kann ich alle zwei stunden abholen ja hier ist doch mal ordentlich gepflastert na fast schon ein bisschen viel naja und hier kann man dann auch ich finde hier noch was am strand sich aufhalten ja niedlich so finde ich hier auch noch was nein gut ich wollte mit meinen liegestühlen hier noch ein bisschen warten bis es auch draußen etwas wärmer wird ja ich lasse jetzt keinen raus aus der stadt falls ich noch eine stadtaufgabe bekommen dann im moment ist ja noch platz gut das war es dann heute bis bald tschüss hallo auf der kleinen farm ja hier habe ich schon wieder einen erfolg und zwar obstbauer 2 so da kommen dann noch mal zwei dias geflogen ja ich habe schon 57 von 132 erfolgen naja ich weiß jetzt nicht ob das gut ist für diesen level keine ahnung auf der großen farm fehlt mir nur ein erfolg ja ein paar xps sind dazugekommen aber naja was denn gerade nicht geht das geht dann nicht so so ein törtchen müsste hier noch liegen ja gut ja und dann ist dran zum zeigen so ein platz habe ich übrigens noch frei so villa kunterbund ist heute dran level 41 ja mal gucken 45 lieferwagen okay das feld ist leer ja zwei bienchen wohnen da ich weiß nicht ob das zum gießen kann ja sein dass es alles zum gießen ist ja hier das mit buchsbaum ja haustiere aber spielt champions league bei augsburg aktive farmen und ist im derby na gut dann gucken wir doch mal in die stadt o ein pool aber was soll das stroh denn da und stroh in der stadt das finde ich doof ja tja sonst ist ja eigentlich ganz neckisch aber das stroh weiß ich nicht okay so was macht meine stadt ja hier sind einige die nicht bedient werden können oh den kann ich sogar warum steht er da noch rum habe ich das für ihn gar nicht richtig zu ende gemacht ja gut da steht noch einer nee den kann ich jetzt nicht ach das habe ich wohl für ihn gar nicht richtig zu ende gemacht nein kann ich auch nicht auch mann so der lieferwagen und die nächsten weg also ich kann hier noch mal ein bisschen weizen anbauen ja wenn ich die bienen bekommen dann will ich auch noch mal komplett alles umstellen ich bin schon mal angefangen ich glaube das war es aber dann habe ich überhaupt gar nicht mehr platz für meine tiere dann muss ich doch noch ein paar bäume weg machen und das irgendwie ja dann bin ich dann erstmal wieder aufgehört das zu ändern aber wenn die bienen kommen dann machen wir es ganz schick so jetzt komme ich hier nicht wieder raus doch so da 36 ja da steht ein lieferwagen nicht gefüttert auch nichts auf dem feld wie kann man nichts auf dem feld haben verstehe ich nicht 35 35 lieferwagen okay ja die maschinen ich glaube die maschinen ich glaube der hat hier irgendwie gar keine deko ja und wo spielt und wo spielt er farmen 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 ja mit 13 oh er ist sogar co-leiter na gut und dann gucken wir da auch noch mal in die stadt die gibt es wohl noch nicht so lange ja die hat er bestimmt erst neu ok gut dann noch mal mein roller angucken und noch mal ein lieferwagen losschicken gut das war es dann erst mal also tja may ma b b Untertitelung des ZDF, 2020